Hallo liebe Immobilienfreunde, es ist mal wieder an der Zeit, Sie nicht nur textlich, sondern auch optisch mal wieder mit auf den neuesten Stand zu bringen und Ihnen einen kleinen Teil unseres Immobilienportfolios vorzustellen. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie sehen, gleich drei Objekte, drei Objekte von vielen Immobilien, die die Unternehmensgruppe Kutternimmobilien in Kürze vorstellen bzw. vermarkten wird. Ja, und hier hinter mir die Nummer 1. Die Nummer 1 ist ein Einfamilienhaus oder auch Mehrgenerationenhaus in Bogenheim-Ruxheim in einer ruhigen Seitenstraße mit circa 200 Quadratmetern Wohnflächen auf 340 Quadratmeter Grundstücksgröße. Mit insgesamt sechs Zimmern, zwei Küchen, zwei Bädern, einem Gäste-WC, Hobby und Nebenräumen sowie einem kleinen grünen Garten, einer kleinen Oase und einem Innenhof wird Sie die Immobilien mit Sicherheit überzeugen. Unsere Nummer 2, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist eine Eigentumswohnung in Stadtnähe, in der Stadtmitte von Frankenthal. Sie hat circa 118 bis 120 Quadratmeter Wohnflächen und ebenso viel Nutzflächen, nämlich 125 Quadratmeter, in einem bereits teilausgebauten Dachbeschoß. Und das Ganze in lediglich einem Drei-Familien-Haus. Fragen Sie bei uns nach. Ja, und abschließend haben wir hier die Nummer 3. Die Nummer 3, ein freistehender Bungalow in Lamsheim mit unverbaubarer Feldrandnähe. Die Immobilie selbst hat im Erdgeschoss ca. 108 Quadratmeter Wohnfläche, im Kellergeschoss eine ebenso große 108 Quadratmeter große Nutzfläche. Das Ganze, wie Sie hier schon auf dem Bild sehen, mit riesigen Garten umgeben, das ganze Wohnhaus und integrierter Garage im Kellergeschoss. Die jeweiligen Objektnummern sehen Sie in diesem Video unten eingeblendet. Und nun darf ich Ihnen nur noch die Frage stellen, worauf warten Sie noch? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter der Telefonnummer 06233 120 0050 bzw. per Mail an die Adresse info at kutan-immobilien.de. Ja, wir freuen uns auf Ihren Anruf bzw. auf Ihr Schreiben. Bis bald, Ihr Kutan Immobilienteam.